Gestern haben wir den Brücken-Spot gefunden und da haben wir uns gedacht, das wäre ein Drohnenschatt, richtig krank, aber da wimmelt es einfach von der Polizei. Ich nehme ihn auf Aue und du gibst ihm eine Startzeit. Grüß euch Gott! Servus! Zu der zweiten Skillmode Episode von Prag. Wir sind heute beim Parcours Park, so wie er bei uns in Innsbruck nicht auffindbar ist, und er ist richtig krank. Wir sind schon richtig gehypt und werden jetzt eine fette Trainingssession anreisen und wir filmen ein paar Lines für euch mit und schauen einmal, wie es läuft. Frug aus! Auf geht's! So, dann springen wir uns mal ein bisschen ein. Der Muskelkart ist schon noch ziemlich aktiv. soo parlieren, Andy öppchen, Wo? Ich schaue ihn mal! Ich schaue ihn mal! Ich schaue ihn mal! Woh! Ich schaue ihn mal, Werbe! Ich schaue ihn mal! So Philipp, was geht jetzt? Jetzt geht im Vollvernichtungsmodus ein Webster zu, keine Ahnung wie das heißt, Dash, Lazy Dash, Hyper Reverse zu Cartwell Full. Oder Cartside, je nachdem wie ich es fühle. So, ich hoffe der Einblick in unsere Session hat euch gefallen, war auf jeden Fall ein cooles Training und einen richtig geilen Parcours-Spot. Hat gerne oder hat gerne schwere Tricks oder schwere Lines gemacht, aber wir fühlen uns einfach noch nicht so fit wegen Muskelkater von den letzten zwei Tagen. Also wirklich... Es war eine geile Session, aber jetzt darf ich sagen, wir sehen uns einfach bei der nächsten Location. Mal schauen, wo es uns hinhaut. See you! Fette Brücken! Fette Brücken! Fette Brücken! Fette Brücken! Ok, wir sind jetzt an einer neuen Location angekommen, beziehungsweise hat uns die Brücken ein bisschen aufgehalten, weil wir haben jetzt die Uhr geschaut und die schaut mega krank aus, zum aufgehen. Ja, eben. Es war jetzt der Plan, das war der Aue gerne, aber wir sind wirklich, wirklich skeptisch, weil einfach so viel Polizei da am Weg ist. Also es ist echt wirklich, ja, ich glaube, ein Hotspot. Also weiter drüben, da am Ende der Brücken, da ist einmal eine Polizeistation und da, da fahren so im drei Minuten, fünf Minuten Takt extrem viele Polizisten vorbei. Genau, das Ding ist jetzt, heute ist das Wetter eigentlich nicht mehr so geil und wir haben jetzt gedacht, wenn wir da ein bisschen einen geilen vielleicht Sunrise-Shot herkriegen oder sowas, der was ein bisschen episch ist, dann würde sich das schon rentieren, das Risiko auf sich zu nehmen. Von dem her werden wir jetzt wahrscheinlich mal so Nacht- und Nebelaktion liefern und dann morgen ganz in der Früh herschauen. Wir sehen uns morgen in der Früh und hoffen, dass es gut läuft. Ah ja, da fahren wir 431. Seht nicht! Ok, good morning! Wir sind jetzt da an einem Brücken-Spot um 5 Uhr in der Früh. Wir haben uns gestern den Brücken-Spot gefunden und da haben wir uns gedacht, der Drohne ist schon richtig krank, aber da wimmelt es, da wimmelt es einfach von der Polizei. Ja, es ist wirklich extrem. Also wir waren gestern auf der Brücken ein bisschen anzuschauen und jetzt haben wir geschaut, wie viel Polizei da in der Nähe rumschwirrt und es ist wirklich im 5-Minuten-Takt da die Polizei vorbeigefahren und jetzt haben wir gestern gesagt, ok, passt, warten wir einen Tag und machen es ganz in der Früh. Wir sind jetzt extra um 4 Uhr auch gestanden, um 5 Uhr hierher gefahren. Ja, jetzt haben wir eigentlich mehr Polizei gesichtet, als wir gestern. Und ja, jetzt schaut es schon mal so aus, als müssen wir das Ganze ein bisschen abbrechen. Ja, jetzt gehen wir mal um, schauen wir uns mal an, aber es wird schwierig. Ja, oder? Gibt es nicht, oder? Das ist ja irre, wie viel hier eine Polizei ist. Weil der eine beim Parkplatz ist jetzt gerade weggefahren, du hast gerade wieder einer vorbeigefahren. Ach, danke. Die Wahrscheinlichkeit, dass du da ohne Straf rauskommst, ist sehr gering. Und zum Schluss nehmen sie den Clip auch noch weg. Ja. Und nachher bringst du ja gar nichts. Ja, da sind wir wieder. Da sind sie wieder, die Freunde. Da unten fährt auch wieder einer. Hallo. Wie man sehen kann, ganz viel los. Um 5 Uhr in Prag. Wir haben das jetzt für uns beschlossen, dass wir das nicht durchziehen können, weil wir einfach, wir haben erstens noch nie so eine Aktion gemacht und zweitens fahren halt einfach im Schnitt 1-10 Minuten die Polizei durch und so. Es gibt keinen Platz zum Weglaufen, es gibt keinen Platz zum Verstecken, es gibt keinen Platz zum Verstecken, keinen Platz wo die Polizei nicht ist, also auf der Brücke, direkt da oben, wo wir auch gehen. Ja. Also manchmal kommen halt in 5 Minuten drei Polizei Autos und dann halt eine Viertelstunde nichts, aber das da rechnen sie nicht aus. Ja. Also wenn du auch gehst, sieht du halt die ganze Zeit irgendjemand sieht dich immer. Ja, wir überlegen uns jetzt was anderes beziehungsweise schauen wir halt, was der Tagsist noch so bringt. Und das war eigentlich jetzt die geilste Aktion gewesen, was wir uns vorgestellt hatten. Die war ja mega lässig geworden. Extrem spannend auch, aber wir müssen einfach vernünftig sein in dem Sinne, auch wenn es uns nicht schmeckt. Okay, wir sind jetzt wieder am Spot bei der Brücke, nur wo wir heute in der Früh schon waren. Und wir werden das jetzt doch durchziehen, weil das hat uns den ganzen Tag gar keine Ruhe lassen. Wir haben uns jetzt echt einfach überlegt, die ganze Zeit, hey, sollen wir es da an oder nicht? Wir waren echt im Zwiespalt. Haben wir einen Lokal eigentlich gefragt und der Lokal, der hat dann gesagt so, ja, jetzt wird schon nicht so weit fahren. Also, ja, eben. Also, wenn sie uns wissen, es sollte nicht allzu schlimm sein, aber wir wissen einfach nicht, wie die Polizei da reagiert und im besten Fall kriegt einfach kein Mensch davon was mit. Es ist sogar gerade Stau auf der Brücke, ein bisschen Verkehr, vielleicht kommt uns das ein bisschen zugute. Ja. Aber wir... Aber ich würde sagen, Staus meine ich, weil wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit, weil das Wetter, das ist jetzt nur noch kurz geil und damit der Shotout geil ausschaut, brauchen wir da ein bisschen die Sonne und du ziehst es gerade zu. Ja, ja, du hast noch. Ja. Alles was war. Ja. Entschuldigung. Nein, ich habe nichts. Du hast nichts mit. Ich bin gerade da oben bei der Brücke. Vielleicht siehst du mich, der hat er von dir aus gesehen rechts. Ich gehe jetzt rein, laufe in die Mitte. Mach einen Backflip und zünd wieder an. Ja, genau. Okay. Genau so. Mal, eben. Mal, die sagt die Gleit, wenn du mich bereit bist. Ja. Polizei. Polizei Bei der nächsten Rorten schießen wir Dieses Rort Jede Zeit Jede Zeit Ja Polizei genau beim Ding Polizei genau beim Ding Ok, wo bist du? Ich bin genau in der Mitte, Polizei ist gerade bei der Rorten Ampel Genau beim Aufstieg Kritisch, kritisch Ich tue so, als ob ich Fotos machen würde Also nachdem die vorbei ist, bei dir noch ein Ballast auf, wie passt? Bei dir noch ein Ballast auf, wie passt? Ich wollte gerade auch inzünden, sie sind genau vor mir gestanden Ok Polizei Ist jetzt weg Ok Sag, wie ist die Lage? Kritisch? Die Lage ist kritisch, ich warte auf die Rorte Ampel Aber ich zünde Wir müssen jetzt und jetzt da Wir müssen jetzt und jetzt da Wir müssen jetzt und jetzt da Ich hoffe, dass das regnet ist Geht? Ja Ok, we're ready Wir müssen hier Wir müssen hier Wir müssen hier Wir müssen hier Bist du bereit? Ja Ok 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 4 5 4 5 5 4 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 10 6 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 22 22 23 23 24 24 24 25 25 animieren. Genau, es hat einen Grund gegeben, warum wir da jetzt eineinhalb Tage um einen angeschissen haben eben. Weil wir uns genug Gedanken gemacht haben. Und ja, genau. Das war's dann mit der Episode. Das war's von der Episode. Vergesst nicht zu liken, kommentieren, abonniert unseren Kanal. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Weiter geht's in Frankfurt. Genau. Ciao. Wahnsinn hier heute. Moin oder was?